In der Trainingseinheit Pareto-Analyse werden wir erleben, wie das Qualitätsteam der Smartboard AG mithilfe einer Pareto-Analyse ihre Lieferperformance auswertet. Hierbei werden wir zunächst einmal verstehen, wie ein Pareto-Diagramm prinzipiell aufgebaut ist und welche Informationen uns das nützliche Pareto-Diagramm bereitstellt. Im Rahmen unserer Pareto-Analyse werden wir dann auch noch eine Reihe von weiteren nützlichen Möglichkeiten kennenlernen, um zum Beispiel Streu- und Lageparameter schnell abrufen zu können. Und wir werden auch lernen, wie wir ein Tortendiagramm und ein Histogramm erzeugen können und zum Beispiel auch verstehen, wie die Klassenbildung im Histogramm berechnet wird. Im Rahmen der Pareto-Analyse werden wir zur Erstellung des Pareto-Diagramms auch lernen, wie wir stetig skalierte Daten in kategoriale Wertebereiche einteilen können und auch verstehen, wie wir diese Wertebereiche individuell kodieren können. Neben der nützlichen sogenannten Übersichtstabelle werden wir dann auch die Datenextraktion mithilfe entsprechender Funktionsbefehle kennenlernen. Wir fassen unsere Pareto-Analyse, die wir im Rahmen dieser Trainingseinheit durchgeführt haben, abschließend kurz zusammen. Wir haben uns zunächst einen guten Überblick hinsichtlich Umfang und Vollständigkeit unseres Datensatzes verschafft, indem wir im Arbeitsblatt die Arbeitsblattinformationen abgerufen haben. Wir haben uns anschließend über die deskriptive Statistik einen Eindruck über die wichtigsten statistischen Lage- und Streuparameter verschafft. Durch Datenextraktion und Verwendung von Funktionen entsprechend neue Datenspalten erzeugt und anschließend mit der Pareto-Analyse zum einen einen Eindruck bekommen über den gesamten Datensatz, unabhängig von den jeweiligen Lieferanten. Und anschließend differenziert nochmal über zwei Pareto-Analysen beide Lieferanten hinsichtlich ihrer Lieferperformance verglichen und konnten so abschließend die Handlungsempfehlung abgeben, dass unter Betrachtung nur der Lieferperformance unabhängig der Betrachtung von möglichen betriebswirtschaftlichen Kosten der Lieferant A zu bevorzugen ist, um zukünftig ungeplante Produktionsstillstände in der Smartboard AG zu verringern. Final sichern wir unsere Analyseergebnisse, indem wir unsere Daten unter dem Projekt Lieferperformance abspeichern und Minitab schließen.